Hä? Ein Zombie! Da ist doch ne Hexe! Wo bist du? Die stirbt nicht, warum stirbt die nicht? Ne, das hat nur nicht richtig geladen, glaub ich. Gleich sieht man nur Prätezz gestorben. Das scherbe ich nicht. Ja, das hat nicht richtig geladen. Sagen. Ich gehe immer wieder bisschen weg, ey. Ich bin mir nicht sicher hier an der Lava. Ich hab mega Schiss, kein Spaß. Oh, hier sind überall Hexen, Alter. Oh! Hier! Nein! Der hat mich vergiftet! Nein! 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 Hast du denn voll Essen? Ess dich voll, ess dich voll. Ja, das hat aufgehört. Ach hier, der See ist so verbunden mit dem, okay. Hier muss ich mal kurz dich zubauen, Alter. Damit das Wasser mich nicht die ganze Zeit wegdrückt. Wie so hoch und so, ne? Mann, ich will da durch! Du Scheiß-Higse, Alter! 92 hattest du gesagt, ne? Warte, ich bin... Ich glaub, ich hab dich gefunden. Wo du warst vor... Ja, definitiv. Definitiv, Alter. Ja, das ist ja alles neue Steine, deswegen. Hier sind Fackeln, alles. Warte, ich hab glaub ich gerade deinen Namen gesehen. Warte, ich komm zu dir, glaub ich. 92 hattest du gesagt, glaub ich. Hier ist ein Lavasee, du hast Eisen übersehen auf jeden Fall. Ich hab mir alles nicht genommen, weil das zu viel war. Du hast deinen Namen gesehen, aber... Ich deinen ehrlich gesagt... Da, ich seh' nicht, ich seh' nicht, ich seh' nicht, ich seh' nicht. Ah, da, jetzt seh' ich dann. Hallo. Hallo. Boah, mit, du musst mir echt nicht die Hexe zu töten. Er ist schon voll Eisen. Ja, ich hab gar nichts dabei. Oder der Dias. Ja, aber ich hab kein Holz oder so dafür. Warum ist hier ne Blume? Keine Ahnung, wie war da? Hast du Eisbissen dabei? Ja. Oh, okay, nur bitte was. Was brauchst du? Vielleicht gibt's ja mal Schweinen. Oh, Junge, kannst du essen. Wo ist denn hier die Hexe? Die war hier unten drun. Ach, da unten? Ja, aber ich hab hier mal kurz reingelunzt und dann stand ich da, da hatte ich mir so'n Trank ins Gesicht geworfen. Hier oder da? Ja. Oh, das Geschiefe! Mach doch erstmal Licht da drin. Attacke! Oh! 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 Hexe ist tot. Ich hab gar nichts abbezogen bekommen. Aber du hättest mir ruhig helfen können. Hä? Hilfe! Das ist doch ne Hexe! Wo bist du? Ja, ich kämp grad gegen den Zombie. Die Hexe hat sich vergiftet. The fuck! Aber ist alles locker easy. Nein, da ist ein Dings! Ein Sklett. Das ist das Problem. Nein, die Hexe ist schlimmer. Fuck. Ja, ich bin Full Iron. Locker easy für mich. Damn. Don't me hee, du. Was ist das? Wir hier nimmst. Los, don't stop. Ah, das kann man auch, glaub ich, für irgendwas gebrauchen. Ich hab hier Manns gefunden. Wo? Follow me. Ich hab nen Creeper gefunden. Ach, da hinten. Ja, ich seh's. Ohne die, ich hab ja schon ein paar. Alter, wer das explodiert jetzt und ich flieg durch die Wand in die Lava. Der Creeper ist explodiert. Hier ist noch einer. Ich lass die alle explodieren, damit die hier was wirklich droppen, weißt du? Vielleicht. Dass die hier so ein bisschen ausmachen, dass man direkt die guten Sachen einfach mitnehmen kann. Da oben ist noch Lava. Jemanden! Er hat fünf Diamanten. Fünf Diamanten? Ne, da sind noch mehr. Ich hab noch mehr gefunden. Er findet richtig viele jetzt. Wie viele sind denn da, ne? Einer oder so, ne? Die hätten. Keine Ahnung. Oh, ich sollte mal wieder was essen gleich. Ne, da sind ein paar mehr. Wie viele? Mindestens fünf. Oha, dann hast du ja schon zehn. Ich hab jetzt vierzehn. Vierzehn! Yo! Dann waren da ja acht. Nee, du bockst mich jetzt in die Lava, alter. Ja. Ja. Kaputt! Das war von dir, ne? Schau mal, jetzt ist das ganze Mopsi rum noch. Geht eigentlich hier hin. Wollen wir hier schon mal? Ja. Ich war da gerade und hab das gerade ausgebotten. Gerade auch. Geht's noch hoch. Geht's hier hin. Ich hab da noch mal Licht gemacht, schau mal. Noch nie wieder nach Hause, das ist dir bewusst, ne? Emeralds? Gold? Gold ist das nicht, Emeralds? Oh. Ja, das ist bei mir grün, komischerweise. Ja, nehm mal mit. Ich gehe gerade mal hoch in der Höhle. Ne, das ist Eisen, nehm ich auch mal mit, ne? Eisen kann man nicht mehr haben gebrauchen. Eisen habe ich über 4, ne? Ja, aber ist doch gut, wenn man viel Eisen hat. Hätte ich gesagt, dass was schlecht ist. Du bist ja schon full iron, ne? Ja, fasst mich hin. Ich bin auch sure. Ich höre Wasser. Ah, da. War da ein erfolgreicher Reis? Äh, äh, äh. Zeitzug. Okay, hier unten ist Obsidian. Und ein Zombie. Ah, ich hab noch kein Diaschwert. Ich erst mal kurz was sein. Wir könnten eins craften. Kraften. Kraften. Ja, ich kann mich nicht raus. Könnten wir, aber müssen wir das. Das ist die Frage. Ja, können wir ins End. Ja, das stimmt übrigens. Ne, nicht ins End, da können wir in die Hölle. Wenn das ja was anderes. Ich hasse es, wenn hier irgendwie so mega viel Wasser kommt, ne? Und man da nicht weiterkommt. Wo bist du jetzt schon wieder hin? In der Richtung gelaufen. Da rüber, ne? Da rüber, ne? Ah, ich seh die. Da sind noch mega viele Zombies auf jeden Fall. Oh, ein Creeper. Oh. Der Zombie ist weg. Bleibt da ein bisschen rum. Oh, da kommt's weg. Da unten sind Dias. War ja erfolgreich, hier diese Aktion. Wie viel Level hast du jetzt schon? 18. 18 schon. Da unten ist, äh, Dings, Lava. Von da ist da wahrscheinlich auch Dias. Ich werd da mal jetzt runter gehen. Du hast hier den Creeper und ich denk, was los, ey? Was ist denn der Fledermäuse, ey? Was ist denn denn? Au! Und wo? Da oben. Mal runterkeule. Was ist denn? Ich hau die hier mit irgendwas dumm. Jetzt hau ich die mit Hammelflasch. Jawoll. Das geht. Hast du kein Schwert, oder? Ne, ich hab nur bedenkt. Hast du denn kein Schwert, wenn du in deine Hülle gehst? Wofür? Ich besser verteidigen kannst. Ach, hier war ich schon. Lol. Hier kam ich zu dir irgendwie über den Weg. Wo bist du jetzt hin? Weitergelaufen, jetzt ist Eisdunkel. Oh, riesiges Lava. Da war sie. Keine Spinne. Du, hahaha. War's doch wirklich eine Spinne. Dumm, 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 dumm. Wie lange man hier hochkommt, ne? Ist Gras. Da oben ist ne Spinne. Ist Gras. Gras? Ja. Wo bist du jetzt rechts, links? Ist aber nix mehr. Waren wir hier nicht schon? Oh, fuck, ich wär fast hier unten gefallen. Ich dachte noch was drauf. Jetzt schnell unter dir abbauen. Hahaha. Ist da unten dir oder so? Ja, wir sind drin. Schau mal rechts rum. War noch Eisdunkel. Ich glaub wir waren da schon teilweise. Hinter dem ist ein Creeper. Ja! Wir sind zu schnell für ihn. Aber ja, der hat mich gesehen. Der wollte dann auf mich. Eisen. Kommt noch mehr Gras. Ich glaub. Der war in der Oberfläche oder was? Naja, eigentlich nicht. 1,20. Nee, ist nicht so hoch. Von der Höhe her würd ich sagen, nein. Wir können uns ja mal wieder hochkrammeln und gucken wo wir gelandet sind. Komm bestimmt eh irgendwas aus. Naja, ich bin in die andere Richtung gegraben. Also kommen wir irgendwo im Marsch der Welt auf. Warte, hier geht's mal hier, hier geht's mal weiter. Wohin? Hier hoch. Hier waren wir schon. Oh. Rennst du denn immer in den Schlag rein? Hier ist eine Spinne. Ich würde die Spinne machen. Hier ist nicht so viel Party. Das war Gold. Ich hab Kohle. Kohle hast du wahrscheinlich eh schon genug. Ja. Weiß nix. Ich hab ne Fledermaus getötet. Ich kann auch keine Kohle mehr aufnehmen. Dafür muss ich erst irgendwas wegschmeißen. Was denn? Spinnenauge brauch ich nicht. Hier ist Eisen. Aber ich trau mich nicht das abzubauen. Ach doch. Hast du Angst, dass das gleich passiert wie mir? Ja, weil daneben direkt die Lava ist. Oh, ich bin jetzt auch fast in die Lava gelatscht. Ehrlich, Alter. Putz, ups. Wag es dich. Warte, da ist was. Was ist das? Was denn? Ja, das hab ich da gedroppt. Sollen wir uns mal hochbauen hier? Hier ist ein Wasser voll. Können wir da nicht einfach hoch? Wie hoch geht denn da? Kann man, wir werden mal sehen. Okay, hier ändert er schon. Ah! Wir müssen das da oben rechts noch abbauen, das eine. Das da. Oh fuck! Oh. Soll das nen Stein hin machen? Ich bin doch hier in den Zug gekommen. Komme! Nein! Ich bin runtergefallen. Barek! Sorry. Ich krieg grad hier voll den Husten am Fall. Oben. Oh, ich glaub das geht jetzt nicht so schnell weg, der Husten. Krippst du dich grad nach oben? Ja. Oh mein Spitzhack ist gleich kaputt. Ja? Ja. Was hast du denn du Eisen? Ja. Noch einer? Hä? Ist da noch einer? Ne, das ist meine letzte Eisen. Ich hab nur Stein noch. Da nehm ich auch. Geh, warte. Ja, kann ich dir gleich gehen. Du brauchst nur jetzt neben mir da hoch. Weil ich's kann. Weil wenn du in Lava kommst, komm ich nicht automatisch auch in Lava. Glaub ich mich jetzt in Lava buddeln. Ja, jetzt in so'n richtigen Lava-See bestimmt. So Vulkan oder so. Gibt's Vulkane? Ja, Lava kann ich aber noch wegführen. Ne, ne. Warte gibt's für mich nicht. Ich glaub hier war ich schon. Ich glaub wir sind bei mir gelandet irgendwo. Also nur so, Vermutung. Muss nicht unbedingt sein. Ach, ey. Es hat Ewigkeiten. Wie anstrengend das ist sich wieder hochzubuttern. Wir sind bestimmt auf so'n Berg gleich. Komm, wir sind gleich fast nicht mit Berg nach oben. Oh, meine Eisen ist auch gleich kaputt. Du bist weiter unten als ich. Was ist los? Warte, ich geb dir ne Stein. Ah, das war meine Eisen. Ja, behalt die Eisen. Ne, mach da. Jetzt hab ich dir noch ne Schaufel getroppt. Dankeschön. Alter, wo wir landen. Wir werden nie wieder zu dem Bett zurückfinden. Ne. Da ist ja auch keiner die Koordinaten gemerkt. Hier sind Schafe. Na oben lass. Nein, ich hör die nun. Oh. Das hat einmal meh gemacht. Noch gar nix. Ha? Noch gar nix. Ich hab hier Erde über mir auf jeden Fall. Ich auch jetzt. Das heißt eigentlich, man ist schon relativ weit oben. Ja. Wir sind fast oben. Okay, ich hab diese gesehen. Wo sind wir? Warte, erstmal kurz orientieren. Hier ist irgendwo ein See, glaub ich. Wir sind frei. Bye. Bye.